Hey Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe ihr seid gut gelaunt. Ich bin es auf jeden Fall. Ich hoffe ihr habt schon am Titel erkannt was es heute gibt. Nämlich gibt es heute eine Fußball Challenge mit etwas platt am Ball. Damit die Aufgabe ein bisschen schwieriger ist. Ich habe mir eine Challenge überlegt. Erst Latten schießen. Danach versuchen wir von einem Tor mit einem Außenriss ins andere Tor zu schießen. Und als letzte Challenge habe ich mir natürlich etwas Bestes überlegt. Aber das erzähle ich euch jetzt nicht. Sondern erzähle ich euch wenn die zweite Challenge vorbei ist. Hinter der Kamera ist natürlich wie der TheKiddyboy. Kann es dir auch einmal zeigen wenn du willst. Danke dass ihr heute wieder dabei wer ist. Und ich würde sagen labern wir nicht lange. Dann machen wir direkt die erste Challenge. Ich würde sagen wir schießen einfach von. Von hier sieht man das? Sieht man es. Ich habe überlebt so. Jeder hat drei Schüsse. Wir haben eigentlich den Latte-Treffer gewonnen. Ich würde sagen Leg off. Leg off. Leg off. Nummer eins. Das war Nummer eins. Ich hoffe ihr seht die Latte auch Leute. Easy. Und jetzt schießt er den Ball. Surf daneben. So. Zweiter Schuss des Berg Leute ihr wisst bescheid. Und er auch. Dann gehts ins schlechten Leben. Ihr wisst bescheide. Und er auch. Dann gehts ins schlechten Leben. Ihr wisst bescheide. Leute. Und. Leg off. Komm der muss sitzen. Alter. Nein. Ahi. Und zum letzten Schuss. Vom Latten schießen. Er fängt an. In drei. Zwei. Definitiv annehmen. Das war die erste Challenge. Keiner hat sie gewonnen. Ich würde sagen gehen wir uns stechen. Ich würde sagen jeder schießt noch zweimal. Ob hintereinander oder nicht. Das ist mir relativ. Kannste hintereinander machen. Können wir auch anwechselnd machen. Wer jetzt die Latte nicht trifft. Dann geht ins Scherenstein-Papier. Bis eins. Und wer das dann gewinnt. Hat gewonnen. Ja ja. Safe. Ich hab den nicht aufgenommen. So jetzt. Und sovielten Schuss heute. Gib uns bescheid. Und ich hab getroffen. Ihr wisst bescheid. Habt ihr hoffentlich gesehen. Jamchino wisst bescheid. Let's go. Du verkackst Junge. Ja. Wir sehen uns zur zweiten Challenge. Und wie ihr jetzt. Die erste Challenge ist gewonnen Leute. Willkommen zur zweiten. Und wie ihr jetzt. Ja ja. Ich weiß bescheid. Die erste Challenge hab ich gewonnen. Ihr wisst motherfucking Champion. Und jetzt versuchen wir wie gesagt. Von der Stelle. Mit einem Außenriss. In das Tor zu schießen. Und. Würden wir nicht lange labern. Let's go Junge. Vorbei Junge. Vorbei Junge. Vorbei. Vorbei. Nr. 2 von dem. Spacko fand da hinten. Hier. Der erste war nicht getroffen. Ja. Deiner auch nicht. Ja. Aber besser als deiner. Nein. Da der Verlierer. Und der zweite Schuss. In 5. 4. 3. 2. 1. 1. sia terus. 2. 1. Ton weiter. 1. Es geht für denccauerlis MAC für 0. 3. Jalla! Und der dritte Schuss! Ne, da neben dem! Den höchste Schuss von dem wir begrenten haben Und der dritte Schuss! Drin! Jetzt stehts 1 zu 1 in diesen Und da sind wir auch schon beim Stechen Leute, ihr wisst bescheid Ich würd sagen, ich hab den letzten rein gemacht, safe, wie ihr gesehen habt Und jetzt kommen wir zum vierten Schuss Daneben Daneben Und wie man merkt Leute Ganz easy Da ist der Verlierer Guck mal in die Kamera, Junge Du hast verloren, guck mal her Aufschluss, Junge Ja, im Aufschluss Du treffst Instant Ah, ist doch, er sagt er trifft Instant Letzter Schuss Am heutigen Abend Und Er wird schießen In 5 4 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 5 3 2 3 2 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7